Ok, machen wir mal wieder ein paar Screenshots, hier so, zick. Braucht man immer Screenshots. Das ist bloß die Frage, jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen auf den Berg hoch. Wo machen wir dann die Fergeräume hin? Machen wir die da hin? Ich will die da hin machen. Das heißt, ab da müssen wir so ein bisschen gerader gehen. Da muss ich dann den See hinten fast schon hin. Ach ne, der Vor muss dann den See hin. Und dahinter kommt dann... Genau. Das heißt, hier müssen wir etwas mehr in die Breite, fast schon sehe ich mäßig. Das werden wir sowieso dann wahrscheinlich nochmal anpassen müssen, je nachdem wie unser Sägewerk dann am Ende von der Größe her wird. Da müssen wir dann erst das Sägewerk bauen. Oh Gott, das ist schon wieder fast hin. Aber das muss ja eh alles weg. Ähm, das wird erst das... Das ist ja eigentlich auch schon mal die große Dings werden. Das ist ja gute, Tische Musik. Deshalb sage ich jetzt mal... ja noch mal breiter gehen ja und der Rest ist das hier sowieso So können wir erst bauen oder den Flusslein weiterführen, wenn das Sägewerk steht. Das ist alles so wie wir sind. Das wird sonst zu spekulativ und dann wird das Sägewerk nachher hässlich, weil wir zu breit gebaut haben. Ja, wir gehen überhaupt drauf. Das ist auch schlau gewesen, wir hätten das doch noch zugelassen. Und dann ist das Sägewerk gebaut und dann ist es fast schon hier zu nah am Dienstrand, egal. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall bauen wir hier erstmal den Fluss in die Richtung weiter. Oh geil, hier ist sogar noch Rasse drunter. Ach, hier war ja früher mehr. Ha! Das ist natürlich doof zum Bauen, aber eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Das ist wirklich cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay So Dann machen wir jetzt Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Hier oben lang Gehen wir mal wieder von der anderen Seite Ja, ja, ja Ey, ohne Spaß Diese Monster gehen mir gerade so hart auf den Sack Nerven so beim Bauen Ja, ja, ja Ja, ja, ja Das ist genau gegenüber halt, ne Aus wie ein Muck Und hier noch eins von mir Das sieht jetzt ein bisschen kontrastiger aus Bisschen abgehobener Oder das ist nicht ein bisschen genau an der gleichen Stelle sitzt Das ist halt scheiße, aber Alles schön, ne Ist halt soo Alter Alter Oh Mann Der Typ ist einfach zu doof zum Springen Ey Ist echt ein Fester So Das ist ja So, meine nächste Schicht. Oh, gut, ja, gut. Na, du darfst die Flaschküttel machen. Okay. 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 Dann machen wir erstmal wieder die Seite. Okay. 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 So. Das sah dann doch ein bisschen zu glatt aus. Das ist vollzernanden auch nicht. Okay. Ich habe viel mehr und hier ist das scheiß Wasser. Okay. 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 So. So. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020